Unsere Runde sind schon vorgefahren John und Werner hat sich Tetsch ausgebraucht Und an dem Dorf und St. Jörg sind drauf Auf der Augenmach Im Rekorde liegt das neue Band vermutlich In der Petterbank Nur hin zu der Öffnung ist ein Band gestürzt Und an dem Dorf und St. Jörg Der Kreis war gefährlich Der Kreis war gefährlich Soziale Demokraten Wer hat uns verraten? Soziale Demokraten Wer wird uns wieder verraten? Soziale Demokraten Wer wird uns wieder verraten? Soziale Demokraten Hopp hopp Wir werden sie haben eine Stadt Wir werden sie haben plutôt We werden sie haben sondern Be consigo large! Be kantor lat! Let's rely on a good party! Socialdemokraties! Let's rely on a good party! Re herzlich in blade! Socialdemokraties! Socialdemokraties! Und damit die Frauen und Damen da drinnen das auch mal mitbekommen, bleiben wir nicht nur hier draußen stehen, sondern gehen jetzt mit einigen Reihen, alle die mitkommen wollen, kommen jetzt hier. Gibt es so her? Ein Demokratisierungsstaat! Tarifvertrag jetzt! Tarifvertrag jetzt! Tarifvertrag jetzt! Hopp hopp hopp! Privatisierungsstaat! Hopp hopp hopp! Privatisierungsstaat! Hopp, 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 Privatisierung stopp! Hopp, 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 Privatisierung stopp! Na die Faktor, jetzt! Genossinnen und Genossen, euch hat auch schon darauf hingewiesen, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Dass wir zum dritten Mal dann für 15 Jahre den Regierungsauftrag bekommen, das ist schon etwas Besonderes. Und ich weiß, dass einige von uns auch an Badearmen sagten, naja, 1, 2, 3 Prozent hätten es auch mehr sein können. Das wäre manches auch leichter gewesen. Dieser Parteitag wird darüber abstimmen, wie das Verhandlungsergebnis zur Bildung einer Koalition zwischen der SPD und der CDU zu bewerten ist. Und diese 100 Seiten liegen euch vor. Es ist ein Verhandlungsergebnis, mit dem eine Grundlage geschaffen wird für die nächsten fünf Jahre. Ich bin zu der Auffassung gekommen, dass die Leute, die mich als Privatisierungsgegnerinnen kennen, wir wissen gehabt, unser Wasser-Polzentscheid gegen die S-Bahn-Privatisierung, gegen die Bundes-Privatisierung, dass die Bürger in dieser Stadt, uns als Sozialdemokraten, nicht abgenommen haben, dass wir wirklich gegen Privatisierungsgrenzen wollen. Und wenn ich den Koalitionsvertrag nun angucke, muss ich ihnen leider recht geben. Ich habe hier sehr genau durchgelesen, was wir in diesem Vertrag zum Thema sogenannten Rechts- und sogenannten Linksterrorismus oder Extremismus da reingesteht haben. Und ich begrüße sehr, dass dieser Landesparteitag gerade diese deutliche Resolution verabschiedet hat und sich klar gegen die Verhandlungen von Rechtsextremismus ausgesprochen hat. Aber das, liebe Genossen, steht hier nicht zu betrinken. Was hier drin steht, ist im Prinzip genau das Gegenteil. Weil wir eine Gleichsetzung machen von dem, was wir in der Lebenssextremismus und Rechts- und Terrorismus nennen. Und solange in dieser Stadt Falkenhäuser abgebrannt werden, zum zweiten Mal in diesem Jahr, solange in dieser Stadt aus rassistischen, neonazistischen Motiven Menschen gehäbt und gejagt werden, und ja, in diesem Land es offensichtlich nicht zu dem Ausscheid wird, wenn überall Ausländerinnen und Ausländer oder vermutete Ausländerinnen und Ausländer ermordet werden, in den Genossinnen und Genossen. Dann können wir nicht diese Freistellung, so wie wir es jetzt in der Lebensseite, freischreiten. Weil dann tun wir im Endeffekt auch immer die Reichspartei das, was ein Van Kecke und was ein Berggrömer im Endeffekt vorrangig ist vor. Und da sollten wir doch mal ganz ernsthaft zum Namen denken.